Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Bist du ein bisschen nervös jetzt zum ersten Tag? Nein, nervös nicht. Eine Freude? Ein paar Freude, aber nervös. Und da ja immer drauf, schöne Kappeln. Jetzt war das in Kappeln ein Check. Musik 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 Für mich ist es noch ein bisschen zufrieden. Ok, für die jetzt auch. Musik 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 Es ist nicht so einfach. Musik 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 So, jetzt sind wir geübt zu in den Beraten. Sicher? Musik Musik Sehen wir dann nachher, wenn die Kunden kommen. 97 Musik 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 Kappen! Kappen! Weisst du, Kappen? Kappen! Unglaublich! Alle Kappen! Alle Kappen! Ja, nice! Kappen! Was macht ihr gerade? Ich versuche ein Plastik. Ich brauche eine Plastik. Wer jetzt? Der Oli braucht ein Plastik. Das ist eigentlich eine Apotheke. Hallo! Das ist ein Haus raus. Ich bin in der Jacke eingeklemmt. Achtung, das Brett! Sie schauen gut für uns. Persönliche Ärztin. Es passiert immer, dass sie verletzt ist. Dominik, wie macht ihr euch am ersten Tag? Gut. Heute hat es sehr viele Leute. Das ist der intensivste Tag besetzt. Wenn ich es jetzt sehe, ist es gut. Sie machen es gut. Die Leute sind begeisternd. Das ist das Wichtigste. Das ist wegen der Preise und wegen uns. Ein Plastik. Das ist für ein Plastik. Das ist ein Plastik. Aaaaaaaah! Wir sind in der nächsten Woche. Wir sind in der nächsten Woche. Hast du den Tag gut überstanden? Ja, es ging gut ab. Morgen war es etwas schwer, um aufzumachen, was ich mache. Jetzt bin ich in der nächsten Woche. Wir sind 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 in der nächsten Woche.